ARD Text im Auftrag von Funk Wien, Dino Ich muss dann auch noch einen Schluck trinken Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Ach, du Scheiße auch drauf Nein, hier nicht so wie vorhin Das war echt schlimm Wir gehen aus dem Zimmer raus, holen uns unsere Kolak und wieder stinkt fürchterlich Und wir wissen nicht warum Ja komm, wenn du nur 8 Stück in einem Raum hängst Okay, das schon noch genau PCs laufen, 3 Stück, gegebenenfalls 2, gegebenenfalls 4, oder 4, voll Bock noch auf auf 1, jetzt auf 1, und auf, ihr müsst wissen, wir sitzen in einem rechten Winkel zueinander, also, ich hab ihm jetzt ein Milchbräuch in den Mund gestellt, das hat vorhin bei mir auch gemacht, also, ich bin so aggressiv, dann wird das auch einfach reingerammt. Das Milchbräuch. Ja, das Milchbräuch, nicht was anderes. Hier, warum ist hier eigentlich dieser komische Pfosten? Welcher? Ja, Art Koppel. Oh, hier. Hä? Ach so, das ist optisch, sieht von außen gut aus. So von außen gut aus. Ich weiß auch, ob auf jeder Ecke sind, soll es bestrehen. Ja, deswegen frage ich mich ja, weil hier zum Beispiel ist ja nur der eine. Ja, so für das Prinzip. Ich find das hübsch. Ich mein ja nur. Na, ich will ja kein Klassflotzen. Es wird Nacht schon wieder? Nein, im Ernst? Ja. Hä? Dann müssen wir schon 8 Minuten gespielt haben, oder was? Kommt hin. Ach so, mein Fertig. Sag das nie. Hm. Soll ich mal Brote machen? Ja. Ich find voll unruhig, dass man Brote auf der Crafting Bench macht. Weißt du wie viele Zollnigkeiten crafted habe? Das hat grad nur ein Drittel geheilt. Mann! So ist ein Fresser nach Schienen. er passt genau wir haben dann 15 Brote Brote nicht Brote wir haben Sticky Bissen wir haben ein bisschen Metall da wart ihr aber vorhin dabei das haben wir nicht gecheatet das einzige was wir uns vorhin geholt haben war das TNT war was ausprobiert war die Dynamite mit dabei? ja klar die haben wir vorhin mitbeguckt meiner Meinung nach gleich mal die ganzen Aufnahmen durch Klinge mit vier Stunden jetzt auch noch vorsitzen um diese Dinger durchzusehen oder was? jede einzelne Minute vor allem die ganzen Fails würde eben noch mein Bildschirm aufgenommen haben warum auch immer komm wir erst mal brennen nimm's dick in die Hand was? nimm's dick in die Hand ich mach mit dem Pfeil guck du mich erst mal an du ja warte nun jetzt mach du na erstmal E5 und das wollten wir machen irgendwie ist das dick viel zu lang auf den Bildern ist ja immer so kur als in dem ist es doppelt so lang wie so ne Axt wir auch noch eins ja zweiter von mir muss man doch so was klären auch noch in vier Frames und soll 14 man meine Hand das Brot war eben in der Wand verpackt ich will essen ich bräuchte auch mal was wie viel bringt Brot? recht viel ich glaub 3 oder so ja das bringt viel zu stecken zum Beispiel aber zum Beispiel Brot du kannst dir immer Brotkräften wenn auch nur eine um die Pflanzanzkosten immer Brotkräften dauert nur ein bisschen das fällt jetzt ja weiter also wir können ja auch woanders abbauen mpcdorf mpdj damit auch nicht was die nicht dran um ich Statken r gesagt fürgegeben was es bin ich nicht aufs Nr Brüllen der Schmiedspielung Sondermann in Schenspiel okay sofort das ist ein Stück auch ausgemacht anstatt Baum zu pflanzen richtig viel Holzverballer so ist das Leben was vielleicht noch auch Knochen können in einer Leiterband ich bin mal voll der Cheater so ein Sprungwerk bauen geht aber nicht, da der neue Vorbau da genau vor ist muss man aus dem Gebäude klatschen das ist doch auch lustig tut vielleicht nur weh aber sonst geht das doch nein 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 6 5 7 5